Musik Boah, hat er viel dabei gehabt, ey Ja, ich blutte auch wie Sau Ich bin im Container, ich bin im Container, halt rein Ich verbinde mich gerade Ich hab mich gerade verbunden Alles klar Schau zu, dass du dich irgendwo schnell einsperrst und dich verbindest Dann läuft es gerade an mir vorbei, oder? Ähm, ich lad mal schnell meine SKS mal nach Ja, aber die SKS ist sowieso bei mir gerade leer Scheiße Wo bist du nur gerade? Ja, ich seh dich Einer noch Ich will aber nicht schießen, weil sonst treff ich dich vielleicht Okay, hab ihn Nee, hab ihn nicht Okay, verbinde ich schnell Wollen wir gleich schauen, dass wir dir was Scheiße Ah, fuck, ich blute ich auch wieder Mann, 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 Mann Aber du blutest nicht mehr, oder? Immerhin Perfekt Ja, scheiße Ja, toll Nee, nee, ich hab nichts Aber der Der hat aber eine automatische gehabt Definitiv Oder die hier abgelegt Es war auf jeden Fall Vollautomatisch So schnell Kann er gar nicht mit der SKS ballern, ey So wie der gedonnert hat Okay, das ist aber wirklich alles ruiniert Scheiße Der hat vielleicht so Na, wohl Das war ein anderer Server vorhin Ein Combat Knife ist noch badly damaged, aber sonst Mosin Money hat er Ich hätt's mir da gedacht, wir sind abgehauen Äh Oh ja Hab ich letztens schon mal gehabt, aber Ja, klar, wieso nicht Wahrscheinlich wenn du Ja, woher soll ich ihn bergholen, ne? Achso Ach doch nichts Scheiße Früher gab's immer sowas wie ein Wie sagt man Ähm Lazarett So ein kleines Sanitätszelt Nee, wir könnten Richtung Wo gibt's denn hier eine Krankenstation? Oh, okay Ist es uns gesplittert oder was? Katrin, wo bist du aktuell? Balota? Ja, das ist ein Irrfield Höchstwahrscheinlich Wir könnten Richtung Wie Wir könnten Richtung Wiebohr Da ist auf jeden Fall ein Lazarett Was war jetzt das? Ah, okay Hat sich nämlich gerade ankeilt wie ein Hund Irgendwie so Also der hat nicht mehr mit uns gerechnet gehabt Äh, Katrin Wenn's hier zu dunkel ist Kannst du in Einstellungen Video Die Gamma Höhe drehen Dann siehst du Eigentlich fast Taghell Na, ich auch Ich hab auch schon hochgedreht Ganz schön Also Da hat richtig geleuchtet bei mir Na, der hat ja auf jeden Fall Maus im Mund gehabt Eine Pistole hat er gehabt SKS Eine Kantine hat er gehabt Ja, okay Also ich bin eigentlich schon da Drauf und dran Die Gefängnisse auch Nach wie vor aus Acht zu lassen Ja Naja, ich bin immer guter Hoffnung Dass nach dem letzten Update Was da ist Aber Ist ja leider nicht so Ja Ich hab das Glück Hat das so Leanback Achtung Zombie Zombie Kommt Zombie Links Links Zombie Nein Scheiße Ich hab jetzt aber glaube ich auch nichts um dich Wieder Blutest du? Nee Du stehst auf Du stehst auf Bleib mal stehen Bleib mal stehen Geben auf die Straße Ich hab was zu essen Ich prügel dich jetzt voll mit essen Ist mir jetzt wurscht Essen Trinken Ich hab jetzt noch eine Wasserflasche Die jetzt hingeknallt Und ich geb dir nochmal Pudermilch Milchpulder Ja, hätte ich auch gesagt Müssen ich wieder auf Feeling kriegen Zumindest Dass du bald healthy bist Ich hab dir noch zwei Milchpulver hin geknallt Zwei Milchpulver hab ich dir noch auf den Weg gelegt Achso Jo Ich hab noch Vitamine, wenn das was bringt Ich weiß es nicht Ich eben auch nicht Ich hätte noch Fleisch im Angebot Aber das müssen wir erst grillen Nein, 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 nein Erst grillen Erst grillen Ist doch schon mal gut Ja, ich esse auch ein bisschen was Vielleicht werde ich auch bald wieder healthy Bei mir ist das Bild schon auch etwas grau geworden Ja Das glaube ich So wie du gehittet wurdest Jetzt die letzten paar Minuten Ja, dann kann ich mir schnell holen Ein bisschen Stuff macht nichts Ah, da hat auch was zum Essen dabei Und da hat eine 380er Autorounds Brauchst du sowas? Okay Das Essen hab ich schnell eingesteckt Kann ich dir dann geben Turmfisch Lecker Da ist noch eine kleine Hütte Vielleicht ist da noch was drin Am R-Fit-Eingang Eine Pistole Aber sonst nichts Okay, wo finde ich dich? Ah, ich sehe dich Ja, du bist den Ballot, hast du gesagt, ne? Jo Katrin Ach, die ist gar nicht, oder? Ja, hab ich Jo, kriegst du Liegt Also SKS-Money hab ich jetzt noch 3 Dann ist da auch erstmal Feierabend 13 Schuss Ja Bin ich dabei Sehr schön Ziel erreicht Ey, Zombie links Ja, ich hab's gemerkt Ich blut schon wieder Also zur Zeit blute ich nur noch Nach ein Nach zwei Racks Okay, haben wir schon mal 4 Na, ich hab's wieder eingesteckt Weil ich dachte, du bist schon fertig Also ich hab's auf jeden Fall dabei Wir sind jetzt nördlich raus, ne? Was gibt's denn hier? Rechts ist irgendwo Crescino auf der rechten Seite Ich bin mir halt nicht so sicher, wo wir jetzt genau raus sind Wahrscheinlich hier oben Also wenn wir rechts rum gehen Irgendwie rechts weg Dann kommen wir auf Crescino Da ist zumindest ein Brunnen Dabei keine Krankenstation oder irgendwie sowas Essen und trinken Wir müssen jetzt Ja, wo sind wir jetzt genau raus? Da hinten nicht Kann bis hier sein Ja, ich seh's Ich seh's Okay Dann können wir nicht sagen Lauf mal rechts rüber, oder? Es geht ja schon mal gut los Kaum drauf angeballert Oder nicht angeballert Aber Schießerei Zombie niedergenatzt Und jetzt wieder Darauf und dran Wieder uns aufzuhielen Ja, Gott sei Dank Bist du gleich wieder aufgestanden Ich hab halt nichts um dich irgendwie So, ich hab kein Ebenefrin Oder sonst irgendwas dabei Ich hätte dich halt einfach füttern müssen Und mit Glück hoffen, dass du wieder aufstehst Sehr schön Bei mir ist auch schon ein bisschen mehr Farbe wieder reingekommen Oh, ich seh'n Oh, ich seh'n Mit der SKS Okay Bam Dann wird's gleich sehen Ich hör'n Hühnchen auf jeden Fall Jetzt kommt gleich alles von Hühnchen Ich geh' mir in die Hütte links rein Ja, Katrin Du bist wieder da Okay Also hat sich das schon mal erledigt Doch, müsste eigentlich gehen Außer deine Leitung Ist sowas von bambushaftig Dass es nicht funktioniert Jaja, da muss man aufpassen Alter, ein Truck Ist das geil Aber der dürfte hier eigentlich nicht so wirklich stehen Zumindest Map Ja Ernsthaft? Ist das geil Aber vielleicht kann man den ja fahren Nix Ja, es geht auch mit weniger Reifen Aber die Batterie fehlt Das kann sein Das ist der Achso Okay Weil der eine Typ hat eine Batterie gehabt Ich weiß allerdings nicht, war es eine Autobatterie Oder war es eine Elk-Truck-Batterie Die, wo ich ihn zerschossen hab Doch, das ist relevant Da gibt es leider zwei Batterien Was wir schon an Trucks und Autos zusammengeflickt haben Ne, Katrin Kilometerweit gelaufen Ich hoffe nur am Lack-Wrench zu finden Um ein Reifen zu operieren Ich hoffe noch immer noch nicht, da ist ein Ich hoffe noch nicht, da ist es ein Ich hoffe noch nicht, da ist es ein